Das Alpel Die literarische und soziale Heimat des steirischen Dichters Peter Rosecker ist heute als Waldheimat, touristischer Anziehungspunkt und seit jeher historischer Boden. Nicht zuletzt durch das Bauernsterben, das Peter Rosecker in seinem Roman Jakob der Letzte so eindrucksvoll dokumentiert und Felix Mitterer für die Rosecker-Festspiele 2013 am Klubmeckerhof dramatisiert hat. Begleiten Sie nun am 6. Juni 2013 um 19.30 Uhr im VZ Krieglach einen anderen Jakob, und zwar den Fotografen Jakob Hiller sowie die Autorin Heike Dobrowolny bei ihrer Film- und Buchpräsentation auf den geheimnisvollen Spuren zu Peter Roseckers Nachbarn. Bis bald bei Peter Roseckers Nachbarn. Sch Unf sulfuggeräte 13 Mal 1.0 Uhr 3 Mal 2.0 Uhr 4 Mal 2.0 Uhr